Ihr wisst, das ist schon eine Granate gerade im Angebot, nur zur Info, Chris. Eine Singularität mit Corrosive. Ja und? Ich wollte es nur gesagt haben. Alter, ich habe mein eigenes Fahrzeug in die Luft gejagt. Und warum hast du ja einen neuen besorgt? Hä? Oder warum konnte ich keinen neuen beschwören? Okay. Weil du vielleicht... Oder eher gesagt, weil vielleicht beide Fahrzeuge besetzt sind. Und warum spostest du dich bald zu mir rein? Äh. Ähm, ich wollte eigentlich nicht aufsteigen. Und jetzt darf ich nicht mehr auf dem Fahrersitz. Hyperion Survivor verfügt über starke Reflektionsschilde, die Kugeln auf die Angreifer zurückwerfen. Schießt ja nicht auf die Survivor, wenn sein Schild oben ist. You don't say, man. Hm. Ach, ja, nur zur Info. Es gibt im zweiten Diäziden eine absolut geniale Rennstrecke, die nicht demoliert wird für eine Kampagne. Scheiße! So. Das war dein Wagen eben gerade, Honey. Oh, Honey. ouch ich rette dich mein friend erst mal zahlen hochgehen und überall feuer wie war das mit du das fährst du mich hallo sei da was denn retten geht anders eine herausforderung nur an den wollte ich gerade in den Headshot verpassen soviel zur Thematik Nichts Nuss da ho- oh wir müssen da hoch, ach ja stürmen da war ja was fühl dich geserot hallo hallo Hallöchen alle steh mich im Weg nichts nutzt, ach man denn hey Benny hab'n Turret hallo 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 das war mein alter Koch was denn pukiduki boom ja und was habe ich eben gerade gelesen? Pokemon hallo das kommt nicht bei dir nein da dachte ich auch gerade eben gerade oder oder mit anderen Worten los Pikachu du bist dran hallo setzte Dönerblitz ein Dönerschock wenn schon Dönerblitz Dönerschock Dönerschock kann passieren Dönerblitz muss aber mehr schaden ist aber dennoch nicht ist aber dennoch nicht reell man kann durch einen Döner keinen Blitz abbekommen ein Schock hingegen schon wenn das Zeug nicht frisch ist wenn das Zeug nicht frisch ist Pulver Junge stirb ich kann's mal wieder mal ein Turret die Arbeit machen für mich Feuerbies also respektalf habies also respektive habies ja ja du nichts stirb ich hinaus ja wow 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 scheiße Ich weiß nicht, was dein Problem ist. Ich hab... Ich nehm keinen Schaden. Ich aber. Das Ding tältet so gut wie instant. Tja, selber schuld. Ist aber geil. Das ist ein Fluch. Da ist witzigerweise nicht Captain Blade dran. Ah, ja. Ja, was denn? Captain Blade hat immer einen Malus. Okay, ich schließe keine Fragen, aber ich schließe keine Frage. Nom, nom, nom. Nom, 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 nom. Ernsthaft? Ein dreifacher... Ein vierfach? Eine vierfach Strohflinte mit 20 Projektilen, ne? Ne, fünf Projektile. Im Magazin. Willkommen in meinem bescheidenen Laden. Ach ja, ein Glück, dass da keinem nicht wahnsinnig wird bei dem ganzen Anblick vom Wasser. Catchy-gan! Was? Ein Wunder, dass der Shade, oder? Bei diesem ganzen Wasseranblick nicht wahnsinnig wird. Ist doch schön. Noch ein bades Pirat? Ernsthaft? Ja. Der trefft sich ja sowieso überschätzt. Geiler Spruch. Ich vermisse irgendwie den Spruch, aimbotten kann jeder. Du bist doch nur einmal verreckt, glaube ich, bis jetzt. Yay, neuer Rekord. Ich glaube sogar wirklich. Ich weiß nicht, ob das Traum wieder gut ist. Ich weiß nicht, ob das Traum wieder gut ist. Boom! Nom, 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 nom. Lecker, lecker. Nommen und Geld. Oh, ein bades Shocks-Gag. Piss-off. Komm, wir hier noch später mal hin. Hier wird schnappiert. Hey, Chris. Äh, nee, selber. Können wir das Tor hier später noch öffnen? Warte. Hier ist so ein Piss-off-Tor. Uah! Ahem. Hier, da, hier ist das Tor. Können wir da später noch rein? Wow! Ich glaube. Ich bin nicht sicher, aber ich... Ne, ne, es gibt noch zwei Gebiete, glaube ich, in die wir hingehen müssen. Und im einen ist das ganz Böses. Ich habe ja gesagt, es gibt ja diese Spezial-Gegner. Habe ich ja gesagt, ne? Eben, äh... Wer ist denn noch mal hier? Der Terramorph-Force im Grundspiel, da brauchen wir nur 50. Und dann die anderen Charaktere, also die anderen Gegner. Der geht jetzt, glaube ich, und dann haben wir den Hyperius, der Unbesiegbaren, ein Hyperion-Mann. Der seinem Namen leider gerecht wird. Ein Badass-Lag-Skeg. Super! Badass-Lag-Skeg. Ja, ein Badass-Lag-Skeg. RIP die Zungenbrecher. RIP-de-dü-dü-dü. RIP-de-dü-dü. RIP-de-dü-dü. EY! Wat'n Arsch. Er ist weg. Schubst der mich einfach- ALTER! Ey du Freibäude. Achtung! Die explodieren jetzt alle gar nicht. Oah, überall nur tot. Wie seid ihr dahinter gekommen? Dahinter? Dahinter? Wo hinter? Da, Hinterhalt. Wo ist ein Hinterhalt? Hinter die Absperrung. Sind wir das? Ja. Einfach den Gang gefolgt. Einfach weitergehen. Einfach weitergehen, ja fein. Gehen auch hier weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Bitte gehen Sie weiter. Ja, auf Wesselbar, Brady. Hanni, der kommt mal entlang, wo du gesagt hast, also bei dieser Absperrung. Und musst du eigentlich irgendeine Voraussetzung erschaffen haben. Die Frage ist nun, welche Herausforderung, wofür? Der Seil, deswegen. Und warum zur Hölle steht ein Baum? Keiner weiß die Antwort. Immer noch nicht. Lebt er wieder? Nö, hier. Also bis jetzt leben hier nur Korsaren. Kann man... What the fuck? Ich könnte einfach verschwinden, ey. Ist ja unfair. Ich erinnere mich an ihn, Deckarbeiter hat sich immer gebrüstet, er hat den Waisenhaus hochgejagt. Ich meine, ich habe selbst jede Menge Kinder abgemurkst, aber ich gebe nicht damit an. So was tut man nicht. Ernsthaft? Sag doch, sie ist sympathisch. Töte den zahnlosen Terry. Terry. Terry Platchett? Er hat keine Zähne mehr und weiß auch kein Leben mehr. Kommst du immer noch hinterher, Chris? Ich weiß noch nicht mal, wo ihr seid. Wir sind durchgerast. Einfach M drücken, dann weißt du, wo wir sind. Dann kriege ich den ganzen Schaden, oder wie? Ach ja, ich bringe ein bisschen Besuch mit. Ein bisschen? Gar kein. Wirklich? Oh, hier liegt Geld. Geld, 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 Geld. Mr. Krabs, Moros. Ach ja, die tödlichen Zonen des Todes, in Borderlands. Atis? Presskräne, die einen anderen zusammenquetschen lassen. Immer wieder ein Vergnügen. Okay. Was? Oh, oh. Scheiße. Fuck, 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 fuck. Shit. Teleport kommt gleich. Scheiß auf den Teleport. Töte den zahnlosen Terry. Habt ihr das schon gemacht? Nö. Was kommt jetzt hier? Ach so. Ach ja, Terry, wo es zahnloser gemacht werden. Dafür müssen wir... ...nach Warmwater. Ja. Da wird ziemlich viel hin und her geschickt. Naja, muss der irgendwie... ...ein paar stre... ...streck... ...äh... ...strecken. Aber der ist unnötig gestreckt. ...wuhuuu. Wuhuuu. Was war das denn? Du gleich nach dem Spawn einfach in die Station fahren und du fliegst hoch. Was? Zumindest schaffe ich das so. ... ...